Das FBR Maklerkontor präsentiert Ihnen die aktuellsten Angebote auf YouTube immer einen Tag vor dem Markt. Heute ein Einfamilienhaus in Leetzen, Zitto. Dieses Angebot präsentiert ein solides Einfamilienhaus mit einem kleineren, massiven Nebengebäude, das auch als Wohnraum oder Ferienhaus genutzt werden kann. Erbaut wurde das Hauptgebäude 1986 und es verfügt über einen Vollkeller sowie eine angrenzende Tiefgarage. Anfang und Mitte der 90er Jahre wurden umfangreiche Modernisierungen durchgeführt, darunter der Einbau einer zentralen Gasheizungsanlage, Kunststofffenster und eine Außenwanddämmung. Trotz des guten baulichen Zustands besteht weiterer Modernisierungsbedarf, insbesondere eine malermäßige Überarbeitung. Die Hauptwohnung umfasst circa 110 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf fünf Zimmer, Diele, Bad, Küche und wird durch eine überdachte Terrasse ergänzt. Die Räume sind hell und gut geschnitten. Der Keller bietet eine zusätzliche Nutzfläche von etwa 58 Quadratmetern. Das ebene Grundstück ist gepflegt, mit Rasenflächen, Anpflanzungen und einem Doppelcarport. Das Nebengebäude wurde Ende der 90er umfassend modernisiert und diente zuletzt als Ferienhaus. Es ist an die Heizungsanlage des Hauptgebäudes angeschlossen und bietet etwa 51 Quadratmeter Wohnfläche. Sie können diese Immobilie jetzt auch virtuell besichtigen. Schalten Sie sich dafür einfach auf unserer Website für den 360-Grad-Rundgang frei. Leicht verständliche Grundrisse und die Maßbandfunktion werden Ihnen dabei helfen, sich mit der Immobilie vertraut zu machen. Abonnieren Sie uns jetzt auf Facebook, Instagram und hier auf YouTube. Denn hier präsentieren wir Ihnen die neuesten Angebote immer einen Tag vor der Veröffentlichung in den großen Immobilienportalen. Ach und lassen Sie uns doch ein Like da, wenn Ihnen die Präsentation dieser Immobilie gefallen hat. Ach und lassen Sie uns doch ein Like da, wenn Ihnen die Präsentation dieser Immobilie gefallen hat.